Hallo und herzlich willkommen in meiner tierärztlichen Praxis für Pferde. Es ist möglich, die chronischen Lungenprobleme Ihres Pferdes dauerhaft und ganzheitlich zu lösen. Das geht. Und ich zeige Ihnen gerne wie. Mein Name ist Dr. Astrid Reitz, ich bin Tierärztin und habe mich seit vielen Jahren auf Akupunktur und manuelle Therapie bei Pferden spezialisiert. Lungenprobleme beim Pferd werden häufig deshalb chronisch, weil die ersten Anzeichen wie Husten, weißer Nasenausfluss, Kurzatmigkeit oder auch ein Leistungsabfall oftmals aus Unwissenheit nicht ernst genug genommen werden. Häufig verschlechtert sich die Situation dann mit der Zeit immer weiter, trotz Therapieversuche, die anfänglich zur Besserung führen. Und dann lautet die Diagnose chronischer Husten, chronisch obstruktive Bronchitis, COB, RAO oder Äquines Asthma. Leider ist das oft der Fall. Bereits im Rahmen meiner Doktorarbeit konnte ich in einer klinischen Studie an der Justus-Liebig-Universität zeigen, dass die Laserakupunktur bei Pferden mit chronischer Bronchitis wirksamer ist als die medikamentöse Therapie. Mit mittlerweile mehr als 20 Jahren Erfahrung in der erfolgreichen Behandlung chronischer Lungenerkrankungen beim Pferd kann ich auch Ihnen helfen, Lösungen zu finden, die ganzheitlich und dauerhaft sind. Und das Problem ist, dabei ist es mir schon immer sehr wichtig gewesen, Sie als Pferdebesitzer in die Behandlung mit einzubeziehen. Dafür habe ich Lehrfilme und Apps in Deutsch und Englisch erstellt, viele Vorträge gehalten, Live-Seminare und Online-Coachings, die teilweise auch auf YouTube verfügbar sind. In meinem dreimonatigen Programm stelle ich Ihnen mein gesamtes Wissen zur Heilung Ihres Pferdes zur Verfügung. Und das unabhängig davon, wie weit Sie von meiner Praxis entfernt sind. So, wie sieht es denn bei Euch aus? Wie war denn Eure letzte Woche? Ja, in diesem Programm arbeiten wir sehr intensiv online zusammen. Das heißt, wir sehen uns in wöchentlichen Videokonferenzen und sind auch dazwischen in einem intensiven Austausch. Wann immer Sie eine Frage haben, können Sie mir diese stellen und erhalten eine Antwort. Durch diese intensive und enge Zusammenarbeit können wir den wirklichen Ursachen für die Lungenerkrankung Ihres Pferdes auf den Grund gehen und das Problem wirklich an der Wurzel lösen. Genau, da kannst du den Punkt dann mit der Farbe markieren. Okay. Ein Kernelement des Programms ist die Laserakupunktur. Damit wird die Lunge und das ganze System Ihres Pferdes gezielt gestärkt. Die Laserakupunktur erlernen Sie unter meiner persönlichen Anleitung ganz leicht. Und damit haben Sie die Behandlung wortwörtlich in Ihrer eigenen Hand. So erzielen wir über einen Zeitraum von drei Monaten sehr viel nachhaltigere Ergebnisse und Wirkungen, als dies durch einzelne Behandlungen von mir persönlich vor Ort überhaupt möglich wäre. Neben der Laserakupunktur lernen Sie im Laufe des Programms auch weitere Therapieelemente kennen. Dadurch werden Sie durch unsere intensive Zusammenarbeit mit der Zeit ein Experte für Ihr Pferd. Das heißt, Sie lernen, Zusammenhänge zu verstehen, können Ihr Pferd ganz neu wahrnehmen und erlernen Fertigkeiten, die Ihnen für immer zur Verfügung stehen, auch unabhängig von der aktuellen Lungenproblematik. Damit haben Sie die Heilung Ihres Pferdes mit tierärztlicher Anleitung selbst in der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn Sie jetzt wissen möchten, wie ich Ihnen und Ihrem Pferd ganz konkret helfen kann, dann buchen Sie ein kostenfreies Erstgespräch. Und dort finden wir gemeinsam heraus, wie eine Zusammenarbeit in Ihrer aktuellen Situation aussehen kann. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020